Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es war einmal ein Junge vom Land, der träumte von der großen Welt. Und seine Eltern waren einfache Bauern, aber er lebte für die Musik und wusste, dass er eines Tages vergehen würde. Ja. Wann fährst du? Morgen fährt man Zug. Morgen. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prang am Himmel hell und klar. Ist doch schön. Wirst du auf mich warten? Ja. Wirst du mir schreiben? Wirst du mir schreiben? Wirst du mir schreiben? Wirst du mir schreiben? Vielen Dank.